So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Das ist das Sören, den habe ich euch ja gezeigt, Halloween-mäßig Deko, ne, kommt da wieder hier hinten hin, zack, 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 nicht lang aufhalten, der fällt sogar auf diesmal. Dann will ich kurz Werbung machen für, pass auf, für den Döner-Montag, das habe ich heute im Community-Tab gepostet, der Döner-Montag, gilt aber erst ab November. Ab November habt ihr jeden Montag ein Döner-Angebot, eine Stunde lang günstig Döner zu schießen, 11. November Glumanda, 18. November Rotomur, 25. November Visasam, 2. Dezember Shigi. Immer von 18 bis 19 Uhr, wie eine Raid-Stunde, ist da die Döner-Stunde, immer Montags, immer anderes Pokémon. Das seht ihr aber auch noch im Community-Tab, ich werde das jetzt wahrscheinlich in ein, zwei Videos mal erwähnen, ansonsten finde ich gut. Gut, da kann ich noch ein bisschen was sammeln, ist eh kostenlos, macht Spaß, fertig. Dann möchte ich mich heute hier auf die Halloween-Ausbeute von Teil 1 des Halloween-Events, also nicht von dem Event an sich, sondern von den Tickets, die da drin waren und der jeweiligen Spezialforschung. Was aufgefallen ist, ich bin mit Lucario unterwegs. Überall sitzen plötzlich also Lucario rum, warum? Wegen zur Ruhe. Zur Ruhe tarnt sich jetzt euer Buddy, kann scheinlich sein, ist besonders wie Ditto, nur noch krasser. Und deswegen steht da ein Lucario. Ich habe dann mal hier gezeigt, mein Buddy heißt jetzt 27 Excavator, denn der hat mir das Ticket, aber nicht nur eins, sondern alle beide Halloween-Tickets, die für Teil 1 und Teil 2 gelten, also so lange hätte man Zeit. Wir haben es jetzt fertig, wollen euch gleich mal das abholen live im Video und schauen, was da drin ist. Da müsste auch Morpego drin sein und es wurde auch schon angefragt von einem Glücksfreund, ob ich Morpego abgeben kann. Ich muss mir aber erstmal eins holen. Also hole ich mir jetzt Morpego und dann kann ich das heute gleich wegtauschen, damit das weg ist. Vielleicht hat er ja auch eins und dann können wir einen Mirror Trade machen. Mal gucken. Danke also an 27 Excavator für die zwei Halloween-Tickets. Da gab es nämlich verschiedene Forschungen, insgesamt drei. Das hier müsste die kostenlose sein, die sowieso jeder hat. Fange 108 Geister oder Unlicht, lande 108 gute Würfe, 108 Curveball-Würfe, 1080 Dönerpartikel sammeln, 108 Bären beim Fangen von Pokémon benutzen. Also irgendwie jedes Jahr gibt es eine Krypuk-Forschung, was ja auch shiny sein kann. Dann haben wir die befristete Premium-Forschung Morpego-Einteiler. Da gibt es wohl dann, wie? Ist das eine Seite? Wo ist denn der Einteiler? Da gibt es 500 EP? Egal. Da müsst ihr auf jeden Fall ein Morpego-Kostüm geben, was ihr euch anziehen könnt. Hier heißt es, fangen fünf Pokémon, dreh drei Pokestops, verwende fünf Power-Ups bei Pokémon. Das ist ja einfach. Konnte man sich das für zwei Dollar kaufen? Und dann die befristete Premium-Forschung, Kostümparty, fange 10, 20, 30, 40 Pokémon, verwende 10, 20, 30, 40 Bären beim Fangen von Pokémon, fange sechs verschiedene Arten von Pokémon, fange zehn verschiedene Arten von Pokémon. Und ganz cool, hier sind auch wieder zwei Raid-Pässe drin, die ich ja brauche vielleicht für die Gina Wild Arena im November, wenn wir nach Gera fahren und da wieder irgendwie raiden wollen. So, das waren die ganzen Aufgaben. Jetzt gehen wir direkt hier rüber und wollen das jetzt abholen. Hier bei Gala tut sich nichts. 15 von 19. Was holen wir denn jetzt zuerst ab? Ich bin jetzt interessiert hier. Wir machen erstmal das Kostenlose genau. Das Kostenlose war also Krybuk. Wir gehen hier rein und gucken in die Krybuk-Forschung rein. Und dann, uh, da steht schon, Mopeco, 814. Ich weiß jetzt natürlich den 100er-Wert nicht, ich weiß nichts. Das fangen wir jetzt erstmal so, in der Hoffnung, dass das neuer Pokédex-Eintrag ist, also so anzeigt und wir dann sagen können, oh, guck mal, zack, im Pokédex registriert. Wollen wir es direkt mal bewerben, ob es vielleicht ein gutes ist oder nicht. Es hat auf jeden Fall drei Sterne, weil ich also nochmal eins kriege, was über 814 ist. Müsste das dann noch krasser, noch besser sein. So, was haben wir jetzt hier noch? Quabbel, okay, Quabbel. Ich werfe jetzt den Ball einfach drauf. Ich werde fliehen und wir werden dann am Ende durchgehen. Das geht auf jeden Fall schneller, wenn wir das immer mit Schnellfang-Trick machen. Gut, durch das Scrollen dauert es halt noch ein bisschen. Wir haben also einmal das weibliche Quabbel. Wir haben einmal das männliche Quabbel. Dann haben wir hier ein Nebulak, okay. Ist das vielleicht ein Dynamax-Nebulak? Das wär's. Da müsstet ihr gar keinst raiden. Im Döner-Raid. Ihr könnt, kriegt einfach so eins. Naja, es wird ein normales sein. Macht ja sonst keinen Sinn. Wir haben Zobiris. Da habe ich ja letztens erst mal eine Mega-Entwicklung gemacht. Habe kein Hunderter. Wollt vielleicht mal eins erlösen. Habe aber kein Krypto. Aber egal. Hier müsste jetzt Krypuk drin sein. Das heißt, wenn diese Forschung wirklich aber jeder kriegt, einfach so jeder, dann kriegt ja auch jeder einfach so ein Morpeko hinterhergeschmissen. Also, weil es hier irgendwie hieß, boah, gibt es das irgendwo, muss man das raiden, muss man das bezahlen. Nein, Dragonei, das gibt's auch einfach so. Jetzt holen wir uns hier aus dem Morpeko-Einteiler. Module. Bären. Eine Begegnung mit einem Pikachu mit Hexenhut. Junge, beruhig dich, beruhig dich. So, irgendwas. Ich dachte, man muss da was auswählen. Oder vielleicht kommt das noch. Jetzt redet er. Bitte nicht noch eine Seite. Nein, okay. Pfad. Ah, nicht Pfad. Pfad. Kohldampfmusterpfad oder Papsatmusterpfad. Ich muss sagen, das andere ist mit zu hell und zu komisch. Wir nehmen natürlich, weil wir sind Gänger-Fans, wir stehen auf der Seite des Bösen. Ihr seht, das ist auch näher an uns dran. Wir nehmen natürlich den Kohldampfpfad. Da bekommst du dann einen Morpeko-Einteiler im Kohldampfmuster, was so aussieht wie Gänger. So, wann kriege ich das denn aber? Oder habe ich das dann schon abgeschlossen? Oder gibt es nochmal Aufgaben? Verdammt nochmal. Es gibt nochmal Aufgaben. Ja, so viel dazu. Eine Seite, ne. Muss ich also dann auch nochmal machen. Wir haben jetzt aber noch die befristete Premium-Forschung von der Kostümparty. Da müssten ja die ganzen Kostümierten drin sein. Hier habt ihr Wullpix. Wullpix, habe ich gesagt. Jetzt Wullpix. Jetzt ist es drin. Okay, dann nehmen wir hier. Jetzt macht er es ja schon wieder die Aufgaben unten fertig. Das ist aber doof. Drei Stück macht er es gleich mit einmal, wenn ich da werfe. Vielleicht heißt das mit Curve-Bällen, mit großartig werfen, mit keine Ahnung was. Drift-Zäppli mit Kostüm. Das ist auf jeden Fall fett. Wollen wir kurz mal gucken auf die Aufgaben, was da steht. Fange 25 Pokémon, 25 Geschenke, 40 Geister, 8 verschiedene Arten, 10 mal einen Snack, verdiene 10.800 EP. Gut, das werden wir jetzt nicht hier in dem Video fertig machen. Wäre es jetzt nur um ein paar Würfe und Fang gegangen, ich habe noch was im Queststabe. Hätte ich was fertig machen können, aber den Rest auch mit den Geschenken verschicken. Das geht jetzt hier nicht im Sitzen. Also fange ich einfach meine Kostümierten hier oben raus. Was auch wieder doof ist. Jetzt war doch extra ein Showcase mit Geister-Pokémon nach Größe. Bei mir waren die größten Pokémon, die ich habe, Giratinas. Über den Giratina waren aber jedes Mal Irrbis in den Showcases. Ich habe keinen Irrbis auf der Hand gehabt. Jetzt kriege ich hier aus dieser Belohnung Irrbis. Bring mir jetzt aber nichts mehr, weil der Showcase ist ja um. Der lief bis Mittwoch. Also hätte ich gestern mein Video schon aufgenommen, hätte das abgeholt, hätte ich meine Pokémon noch austauschen können, hätte Irrbis in den Showcase setzen können, hätte auf jeden Fall einen besseren Platz gehabt. Aber weil ich am Mittwoch, der Raid am Mittwoch hochgeladen habe, dachte ich, ich hole es erst am Donnerstag ab. Jetzt ist der Showcase schon um, jetzt kriege ich Irrbis und jetzt kann ich die nicht mehr reinsetzen. Und dann werde ich sie wahrscheinlich wegschmeißen. Und dann war es alles umsonst. So, hier ist Bautz fett. Bautz mitgenommen. Hier 5000 EP, zwei Premium-Kampfpässe und eine Begegnung noch mit einem kostümierten Gengar. So, da nochmal drauf. Obwohl, warte mal, bei dem müssten wir eigentlich die Bonbons mitnehmen. Wir hauen also eine Silberne drauf. Ja, der kann nicht fliehen. Eine Gelbe würde reichen, aber durch die Silberne gibt es ja nochmal mehr Bonbons als durch die Gelbe normale. Also auch wenn der nicht fliehen kann, nehmen wir die Silberne. Meistens für so Entwicklungen, Komplettentwicklungen, guck dir das an. Hier, das sind 70 Bonbons für dieses eine Gengar. Und das ist schon mega genial. Das müssen wir jetzt wieder in Ruhe lassen. Das lassen wir in Ruhe. Mal gucken, ob ich da irgendwie noch was machen kann. Hier kann ich noch was abholen. Da nicht. Jetzt gehen wir hier rein. Gehen wir da runter. Wo haben wir angefangen? Wir haben beim Mopeco angefangen. Und wir werden das jetzt schnell mal alles durch, was wir hier haben. Da, Quabbel. Hier, Quabbel. Hier. Nebulak. 100%. Das muss ich mir mal markieren. Das ist ja keins. Das ist ja schön. Ich wollte ja eigentlich immer erlöste Hunderern, die eine Megaentwicklung haben. Damit man nicht sagen kann, ja, der hat die Hunderter gesniped oder irgendwas. Hier sieht man, dass es aber aus einer befristeten Forschung ist. Also ist das ja auch random gewesen. Nicht gesniped oder irgendwie. Hat also einen Wert für mich. Und ich glaube, mein Gengar, was ich habe, ich habe kein 100er Gengar. Das heißt, das müsste ich eigentlich mal entwickeln, hochziehen und da eine Megaentwicklung machen. Jetzt habe ich aber nur 50 Megaenergie. Da muss ich mit meinem Gengar also mal laufen, um die Energie wieder voll zu machen und das dann mal zu entwickeln und das dann auch auf Stufe 3 Mega-Pokémon irgendwie zu machen. So, was haben wir hier? 14, 14, 14. Krüppuk, neuer Rekord, schwer und fett. Pikachu am Start, Wulpix am Start, Plinfa am Start, nochmal Pikachu am Start, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass das zweimal da war. Dann trifft Zeppli, Irbis, 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 Irbis. Ja, Froxy, Bautz, Gengar. Das könnte man auch mega entwickeln, aber das ist ja schlecht, denn jetzt muss ich wirklich mal gucken, wenn ich Gengar eingehe. Gengar. Wir haben, das ist ein Shiny, das ist, das habe ich mega entwickelt auf Level 50. Ah, was ist ein 98er? Ob 100er, ob 98er ist eigentlich egal, oder? Würdet ihr jetzt das wegschmeißen und das 100er entwickeln oder das lieber so lassen, weil das ist ja eh schon fertig. Das ist ja richtig doof. Was ist mit dem hier überhaupt? Ja, das kann aber weg, also das hier braucht kein Mensch. Das kann fort, das kann eigentlich auch fort. Und hier haben wir ein, ein, ein Krypto-Gengar, aber halt mit richtig schlechten Werten, in dem Sinne, aber besser als das andere, aber, hm, keine Ahnung. Gengar als Geistangreifer, Geistarmee, 6 Gengar, 5 Gengar, weil 5 Krypto-Gengar, 1 Gengar als Mega-Gengar, es ist, es ist sehr kompliziert. Also so richtig genau, was ich jetzt bei dem Account sammle und was nicht, habe ich immer noch nicht raus, so richtig für mich, aber das war für mich die Ausbeute von Teil 1. Kein Shiny dabei, aber dieses 100% Nebulak dabei, für mich als Highlight, trotzdem finde ich gut, danke dafür. Das ist ein cooles Pokémon, das werde ich auf jeden Fall behalten. Ich werde keine 100er mehr sammeln, aber bestimmte Pokémon mit Mega-Entwicklungen möchte ich dann doch als 100er haben, aber nicht wild, sondern über andere Dinge. So, ansonsten war es das jetzt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wie sieht es bei euch aus, welchen Pfad habt ihr gewählt von dem Kostüm und wie gut war euer Mopeco? Peace out, Vorhaut, euer Ramses.